Nein, nein. Keiner Fuse. Ja, hier ist sie aufgegangen. Warte, warte, warte. Jack. Jetzt können sie aufmachen. Irgendwo ist ne Cam hier, Bitches. Ich kümmere mich drum. Ich werde die ganze Zeit gespottet. What? Du musst das Schild ausfahren, ja. Mach den Ficky, fick ihn mit dir. Ich seh die Cam nicht. Um Scanner. Und einer ist in dem Raum drin. Ich seh die Cam auch nicht, keine Ahnung. Wir gehen in den Haupteingang rein, ha? Achtung, weg, weg. Kleiner, geh weg. Die schießen durch den Schlitz. Wir gehen neben durch den Eingang. Warte, Bon. Kannst du das aufmachen? Ja, ich mach grad hier mal das Seitending auf und guck, was da so läuft. Wuppala. Wuppala. Wuppala, Langhamster. Wuppala, Langhamster. Im Raum seh ich keinen jetzt. Im Raum seh ich keinen jetzt. Doch, doch, links. Okay. Links ist einer. Ich fahr mit der Twitch-Runde vor. Achtung. Ich gucke. Da ist einer. Ist einer. Und da sind auch überall Frostfallen. Da muss er auch was in meinem reingehen. Mira ist das. Hat mich gefickt. Die Kamera zerstört. Mach auf, Stefan. Frostfallen. Direkt rechts ums Eck. Direkt hinter diesem Ding ist es eine Frostfalle. Direkt. Ganz rechts. Ich kann nichts zielen. Hier ist noch einer hinter dir. Klein blockiert mich. Schön. Ganz rechts, ganz rechts. Auf dem Boden. Auf dem Boden liegt einer. Pass auf die Frostfalle. Ja, ja, ja. Ach, da ist er. Gut, danke. Da ist noch eine Frostfalle. Rechts ums Eck, Jack. Nicht nach rechts gehen. Ja, ich seh's. Ich seh's. Der hintere lebt noch. Mh. Mira lebt noch. Hab ich nicht. Noch eine Frostfalle, Klein. Hinter dir ist eine Frostfalle. Nicht weiter nach hinten. Danke. Was? Ein Geiselraum ist noch weg. Bist du tot, Bon? Mira ist da. Liegt auf dem Fuß. Boden. Gebt aber noch. Vakery ist im Geiselraum. Oh, Vakery ist tot, okay. Ich hab keine Drohne mehr. Fick vielleicht mal ne Drohne rein. Da hinten ist er. Hinter dem Ding. Markier mal bitte. Warte mal, kann einer mit der Drohne rein? Guck mal. Genau da. Sehr schön. Hätte ich Schild runtergemacht. Hätte er mich abgeschossen. Das war nämlich der, der die ganze Zeit auf meine Hand schießt. Dieser Penner. Konntest du nicht markieren? Mhm. Ging nicht. Wenn das Schild oben ist, geht nicht markieren. Echt? Oh, das ist scheiße. Oder? Ich weiß gar nicht. Schon gar nicht probiert. Ich bin mal Puls. Nee, aber das macht ja keinen Sinn. Du musst ja markieren können. Auch mit dem Schild. Weiß ich nicht. Gleich wäre das Schild da, denk ich mal ne? Die Geisel muss beschützt werden. So wie man spielt, das kriegt man auch, ne? Oder was? Ja. Machst du Ding? Ja, Leute. Ja, ich mach den Dropper. Beide? Ja. Sollst du den anderen markieren? Aber ich kann nur zwei zumachen. Hier sind insgesamt drei wichtige. Echt? Wo? Ja. Ich markiere jetzt erstmal die, die du meinst. Vorne im Hauptfloor direkt hin. Oder was das ist. Aber ich mach jetzt erstmal die. Hier ist auch noch eine Tür, die fällt. Ähm. Wand befestigt. Es müsste der sein. Oh, ich hab vergessen euch die Rüstung unten zu geben. Ey, Kacke. Macht nix, macht nix. Huuuuh. Drop einfach hier, ja? Ja? Oh. Da. Ein Dropper ist noch da, Kleiner. Die Geisel haben die Geisel entdeckt. Genau. Ich hab aber nix mehr zum verstärken. Ich bin fertig mit dem Rad. So, ich geh runter. Kommt runter, ich geb euch die Rüstung. Herzschlag-Sensor eingesetzt. Jetzt ist es zu spät. Ich wollt eigentlich hier oben rumroomen. Okay. Dann tut's mir leid, ey. Kein Problem. Mach, mach, mach. Die werden so... Mach die Rüstung kaputt. Oh, hier fehlt die Wand. Das ist wichtig. Oh, die sind alle wichtig. Scheiße. Einer ist im Südwesten. Weißt du was? Wir nutzen das zu unserem Vorteil. Da, da recht. Mobilschutz aufgestellt. Was? Tür befestigt! Ich setze den Sensor ein. Warte, ich mach oben drüber das Loch auch noch auf. Dann kann man besser rein. Wo ist's offen? Wo ist's offen? Ach so, Jess. Warum macht der den Haupteingang kaputt? Weil da Steps sind. Ich kann doch da gucken. Da ist keiner. Wo der hinschießt. Appendix, guck mal, hier ist ein Loch. Guck da hin. Oh, die Tür geht auf. Die Tür ist offen. Einer drinnen, hab ihn drangeschossen. Einen hab ich. Guck weiter Richtung Tür. Der kommt, der kommt, der kommt. Natürlich, guckt der nach hinten. Ich glaub es hackt. Ashes Garage. Appendix, guck. Der hat so an. Ja, ich guck mein Loch da. Oder wo. Ja, guck da. Der blasst da, ne. Der schießt nach vorne, dreht sich auf einmal um, sprintet den ganzen Weg zurück, nur um mir einen Header zu drücken. Ja, das ist Bullshit. Und ich bin die ganze Zeit lang gestrichen. Wenn er mich gleich durch die geschlossene Tür hier tötet, was er wahrscheinlich gleich machen wird, denn ich seh schon unten was. Dann weißt du Bescheid. Jack, piek nicht. Jack. Lass mich. Puff, tot. Brunnen hat mich gesehen. Ich muss nachladen. Ich musste weg. Brunnen hat mich auch gesehen. Oh, scheiße. Nein, guck weiter am Loch. Guck weiter am Loch. Appendix, guck am Loch. Der ist mit mir beschäftigt. Schöööön. Schööööön. Jack, vielleicht hinter dir. Letzter verbleibender Gegner. Nee, da kommt der Haupteingang. Wunderbar, wunderbar. Guck mal wie der andere da rum wagt. Oh, aber die Iza fickt eben. Ich hab dir gesagt Appendix, guck durch das scheiß Loch ey. Die waren viel zu viel auf mich fixiert. Meinst du ein bisschen schade, dass sie nicht reingefust haben von oben? Ja, ist schade. Jetzt hab ich, ich hab das jetzt. Oh, ich auch. Müsste eigentlich haben. Oh, was? 87%? Okay. Ja, ne dann. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Jetzt muss Bone noch jemanden außer mir carryen. Wo sind die? Oh, weiter oben, weiter oben. Ich würde sagen Elben. Elben. Oben? Ah ja. Ich weiß wo. Bestätigt. Die Geisel wurde lokalisiert. Oben, oben, oben. Dieses Konferenzzimmer da. Was das ist? 10 Sekunden bis zum Einsatz. 5 Sekunden bis zum Einsatz. 5 Sekunden. Siehst du die? Guck mal bei dem. Auf dem Spot hab ich einen meiner ersten 3Ks gemacht. Alkyra hat nen geilen Arsch. Oh mein Gott. Das ist doch wahr. Guck mal. Danke. Danke. Sollen wir hier reingehen? Hier oben durchs Fenster. Ja, macht mir Angst ey. Ich wurde entdeckt. Hab meine Kamera ausgelöscht. Dunkel gemacht, ne? Hier. Hast du die bei mir hier gefickt, die Cam? Ne. Die hintere. Nachlagen! Da ist die nächste. Siehst du sie? Ja. Ah, Valkyra. Die hat nen geilen Arsch. Oh, Mann ey. Du kannst ja mal deinen Levels reinstecken. Servus. Auf dem Bildschirm? Ne. Da mal reinfusen. Da mal mit nem Sledge Wecker, Mann. Wecker, Mann. Ja. Nein, fuck. Oh. Wie hab ich das überlebt? Hinten in der Ecke, geh da nicht hin. Vergiss es. Hier in der Ecke irgendwo. Mirra tot. Mirra tot. Ehrlich jetzt? Ja. Mirra tot. Oh, Valkyra. Die hat nen geilen Arsch. Direkt hinterm Schreibtisch liegt Frost. Tot. Hat mich direkt mit Echo gefickt. Frost liegt auf dem Boden. Da wo ich bin am Fenster reingehe, ist direkt unten links. Zwei sind noch am Spot. Valkyra und Frost. Jack, du bist Montanier. Der geht der Typ am Arsch um. Ja, ich steh ihm mit ne Tür. Bleib so, bleib so stehen. Der andere zielt dahin. Oh, ich hab das geile Arsch umgedracht. Das geile Arsch. Den geilen Arsch. Ja, schweizerdeutsch. Achtung. Achtung. Markier doch. Der hat gegen jemanden... Oh mein Gott. Das war jetzt sehr endgämlich. Ich hab markiert und er macht nichts. Nein, 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 nein. Der schießt gegen die Türrahmen. Guck. Guck dem zu, lass dich aus. Lass dich kaputt mal nicht. Ja, warum denn nicht? Ich sterbe gleich. Und tot. Nur noch einer vom eigenen. So ein Idiot zu einem blöder. Nein, echt? Ich hab's noch markiert. Ja, ja, ich hab's noch markiert. Warum nur noch ich? Das hat nicht interessiert. Der Schwachkopf. Warum bist du der einzige, der nicht gestorben ist? Ich mein Appendix. Du bist selbst zum sterben zu scheiße. Ja, das ist... Jo. Wo sind sie denn, ha? Unter dir. Direkt links in der Tür ran. Da guck dahin. Und jetzt rechts. Rechts ist er jetzt. Kauf dir ein Headset, bitte. Ja nix, ich hör nur Außengeräusche. Ich hör die. Der sitzt direkt rechts da unter dir jetzt gerade. Boah, kann ich da nicht rein? Warum nicht? Nee. Andere Seite. Da kannst du rein, ja. Ja, sind aber schon alle Fenster offen. Mach dich bereit zu sterben. Oh. Oh. Links hinterm Schild wahrscheinlich. Oh ja, da war noch einer. Und da kommen alle raus, die Ratten. Ah, okay. Den hab ich vorher nicht gesehen. Na, der ist ja erst dahin gerannt. Ja. 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 Da ist immer. Ein Idiot weniger. Ich glaub ich nehm nochmal Rook. Ich nehm mit. Einmal Mute bräuchten wir noch, ja? Vielleicht. Mute, Mute, bitte Mute. Mute. Ich muss aber schon. Die Abschützung mag. Und ich hab beim Mute die Schotting nicht verbessert. Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigt. Ja, okay. Hier braucht man wirklich so unbedingt. Oh. Oh ja. I forgot, ne? Oh so. Hast du? Guck mal hier. Klein. Kleiner. Kleiner. Guck mal hier. Da. Das geht. Ja, 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 ja. Ich kann's einrichten. Oh Locket, ich kann's einrichten. Macht alle Türen zu. Macht alle Türen zu. Hier draußen alle Türen zu machen. Ihr müsst euch die Rüstung nehmen. Habt ihr vergessen? Ich hab schon. Ich hab nicht. Könnt ihr kurz die Haupttür offen lassen? Ich will wieder raus. Was? Ich hab jetzt was dummes gemacht. Hier fehlt noch ne Wand. Was? Wo? Ich hab jetzt was ganz dummes gemacht. Wenn mal vielleicht klappt. Tabula rasa oder wat? Scheiße. Hat geklappt verdammte Scheiße. Es hat geklappt. Gege. Scheiße. Der zweite hat nicht geklappt. Ist oben offen der Schlitz bei euch. Müsste aufpassen. Deck schieß. Was? Was machst du? Du hast den First Peaker Schlitz gemacht. Ich hab drauf geschossen. Nö. Doch ich hab drauf geschossen. Doch. In der Wiederholung sieht man es. Ich hab drauf geschossen. Es hat aber kein Damage gezogen. Die sind alle oben am Fenster. Woah. Woah. Schon drin. Die sind drin. Was? Der hat grad hinter mir aufgemacht. Come on. Er wusste es direkt. Nö. Das war legit. Aber der Aim sah gerade komisch aus. Irgendwie ein bisschen. Ja. Direkt wie er geschossen hat. Wischen wenig Knock weg. Ja. Wie er dich gesehen hat war legit. Aber der Aim war komisch. Ja. Hoffentlich sind die auch nochmal da drin. Aber. Fällt dir was auf? Wir kriegen kein viertes, äh fünftes Teammitglied. Jo. Denken sie einfach nicht dran. Hm. Was solls. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Die denken sich auch. Ist uns doch egal. Ob ihr gewinnt oder nicht. Nein. Der ganz kleine Raum da. Bestätigt. Die Geisel wurde lokalisiert. Einfach rein fusen. Einfuse. Shit. Zehn Sekunden. Fünf Sekunden bis Einsatz. Geisel entdeckt. Ich hab Drohne eingesetzt. Haben die Mute oder so? Ich suche nach Elektronik. Nope. Ja. Das Schlimmste was hier haben ist Echo. Und Schleck. Oh. Hier ist Fenster offen. Hochmarkieren. Unten in der Haupttür sitzt einer. Ich werd beschossen. Wieder rechts ums Eck. Wurde von da beschossen. Pass auf. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Da ist ja offen. Hab ich ja grad markiert. Leise stehn. Ja oui. Okay. Leise stehn. Leis. Tone ist bereit. Da ist wieder Mira, hab sie mal kehrt, die Fazze. Oh, da ist die Echo-Drohne. Leck mich! Längst du ab, längst du ab, ich werde fletschen vielleicht. Super gemacht. Warte. Ich mach mal eben schnell Jagd auf die Echo-Drohne. Warte, ich hab noch meine Drohne drin, ich gucke. Und meine Drohne ist immer... Kann einer das T4 an dem Fenster hier kaputt machen? Warte. Ja, gleich rechts ums Eck. Einer ist im Geiselraum. Danke. Ich muss nachladen! Ich sage nach! Geiselraum! Geiselraum! Fuck, spring doch! Kriegt mal eine Drohne vor, bitte. Bevor ihr reingeht, einfach draußen stehen bleiben und eine Drohne verschicken. Ich bin schon drin, ne? What?! Das hättest du nicht machen sollen. Wie hat er mich... Ich bin doch schon... Ich hab doch vielleicht... Vorne an... Im Eingangsbereich ist sauber. Ja, klar! Durchs Schild hat er mich getötet. Durchs Schild, als ob. Die sind alle in dem kleinen Raum drin. Die sind alle in dem Raum drin. Die Bahne, komm her! Appendix, komm her! Ja, Moment, ich bin am Drohnen. Ich mach mal einen Dropper auf. Ich glaub, oben ist einer irgendwo. Ja, ich hör steppen, ich hör steppen. Ich hab drei Stück drin gesehen. Halt die Klappe! Wir müssen hinne machen. Ja, Doc. Nee, der war unten. Der hat mich vielleicht unten erledigt. Die sind drin. Doc hat sich grad selbst hier oben was gegeben. Wenn ich dir sag, die sind drin. Der hat mich doch von drinnen getötet. Gut, dann gehen wir jetzt gleich rein. Mache den Weg frei. Es sei denn, der ist eben rausgegangen. Aber kann ja nicht, weil ihr davor wart. Die sind drin. Glaubt mir das. Die hab ich getötet. Wir haben keine Zeit mehr. Los, rein! Schön. Boah! Der Header, der war noch sweet. Der saß direkt neben der Geisel. Ich geb dem einfach nen Head-on. Schön. Oh, was war des? Was war des, alter? Ja, Wallhack, würd ich sagen. Genau. Aber wel.